So, hallo, herzlich willkommen zurück bei Far Cry Primal. Die Avenger hier hat jetzt eine Aufgabe für uns. Let's do it. Ja, habt ihr ja gelesen und wir sollen jetzt helfen, den Brüdern, bei der Jagd nach Großohrhunden, weil die das vielleicht hier wegfressen. Das machen wir mal alles rüber. Das brauchen wir nicht. Kann ich, ich würde das ja auch immer gerne irgendwie einlagern. So, jetzt machen wir nämlich, ja das hat sich ja voll genügt. Gut, aber bei dem Verbrauch, den ich habe, ist das gar nicht mal so verkehrt, als welche mitzunehmen. So, ähm, was ist das hier? Wenn ja, aber es wurde auf der Karte vermerkt. Hier ist noch ein Lagerfeuer. Ringwall Außenposten, Schwierigkeit schwer, siehste. Guck mal hier, Höhlenlöwe. Da sollten wir aufpassen. Ich denke, es wird auf der Karte vermerkt. Entweder sehe ich das jetzt nicht. Hier haben wir, wenn ja, Befreiung helfen. Eskorte. Unbekannter Ort. Stammeskonflikt. Bestien töten. Was? Das ist das, was die andere, äh, äh, wollte gerade? Das ist da oben? Freunde. Äh. Da ist aber ein Stück Weg. Da teleportiere ich mich erstmal hier hin. Und dann geht er nach da... Oh, nee. Nö, nö, nö. Ich, ich, ich werde jetzt hier lang gehen. Das Lagerfeuer, haben wir das schon? Beansprüche diesen. Ich werde jetzt mich hier lang bewegen. Und zudem. Und dann hier lang, um dann hier hoch zu kommen. Dann nehme ich den doch mit. Hier, zack, zack. Den Ort gucken. Und dann werde ich mal gucken. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier diesen, diesen, diesen Weg lang laufen. Keine Ahnung, wie viel Folgen lang, aber... Das ist ja doof. Ich dachte, das jetzt wäre jetzt hier, ähm, ich mach extra eben nicht die... Oder mach eben extra den Break. Und mach das, ich nehme das nicht in einer anderen an. In einer anderen Folge an davor. Weil ich dachte, das ist jetzt ein eigenständiges, eine eigenständige kleine Quest hier auf der Ecke. Aber dann musst du ja, bist du ja richtig unterwegs. Aber was sei denn. Wenn die jacht. Da sind wir. Scheiße, das ist die. Okay, das war der erste Tod. Der war scheiße groß, der wäre. Ja, da habe ich mich wohl ein bisschen, äh, übernommen. Ja, ne. Scheiße, wo bin ich jetzt? Na, ein Glück. So setzen wir den Wegpunkt nochmal. Wie sieht's aus? Gut, das geht alles links und ist nicht weg. Ich nehme Harthold, weil ich brauche Harthold. Äh, alter Holz. Ach, er wird der Harthold. Ich habe doch richtig... Ach, ne. Ich bin da ein bisschen... ...gebettet. Wo ist er? Das war doch hier, oder? er hat die beste alternativen weg hier mal wieder mal wieder ach wenn ich ein bisschen dichter damit dann werde ich wenigstens ein Ziel rausgekommen den haben wir da 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 hat jemand fallen nicht nicht hau doch mal noch einer auch die Pfeile oh 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 was war das? das war schnell ok nein 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 was haben sie bei sich? egal was haben sie bei sich? sind wieder mein was hab ich? ach, da war eine Rolle oder ein paar weil es gibt hier genug Holz etc. aber man weiß ja nicht was kommt bringt auch noch einer ich müsste jetzt mal 13 suchen ok wo sind wir? hier sind wir Venja helfen Befreiung, töte die Eindringenden und rette die Gefangenen Venja, bleib unentdeckt sonst werden die Gefangenen hingerichtet ah ah das ist einfach für mich ich glaub die werden hingerichtet ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen aber das ist sehr sehr wahrscheinlich wenn ich so eine Mission mache verdammt Volk nur einer? und nur Rudentiere schöner Kopfschuss was ist hier? das ist ein der sieht ein du blöder wir machen die Matscheframpe aber Pfeilheder da vorne sind sie schon naja, bleibt unentdeckt bedeutet ja auch, schieße bitte kein Pfeil, weil die wissen was los ist, dann muss ich Takedowns machen von hinten, äh, 3 Ich muss das wieder machen, obwohl ich mich auch nicht beschädig bin Kundschaften gehen wir doch erstmal aus Es ist nur einer? Mumali Dantsch, Maliwana Okay Gehen wir davon aus, dass es nur der ist Ich habe keinen anderen gesehen, die Jäger an sich machte auch nichts anderes Was ist denn da? Hä? Ach soo Okay, akzeptieren Ich habe auch nicht gesehen Ich bin zufrieden 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 Ich hab nur zwei oh Töten... Okay. Okay. So, ein 1. So, hier tut ihr jetzt mal weg. Ich meine, ich rückhen muss. Ich hab die Falschmier drückt wegen Bestien entsetzen. Ist ja auch geil. Kannste von oben gucken und schlägst dann die Bestien los. So, hier tut ihr jetzt mal weg. Wenn ich dann eine hätte, dann könnte ich die auch losschicken. Okay, ich dachte nicht mehr entdeckt werden. Was ist mit dem da hinten? Wo gucken wir denn hin? Oh Gott, ich hab was. Da einmal schmank. Umlauscher! Umlauscher! Scheiße. Schmankern. Umlauscher. Masurin. Umlauscher. Umlauscher! Umlauscher! so das muss das gewesen sein war ich ein bisschen angespannt meine bogenschutzschutz meine bogenschutzschutz waren in diesem Moment kommt freunde die märchen die märchen ja Ja, bitte. Uuuuuh! Schau, Barschai! Barsch! Barsch! Aha, also wir müssen die Zeit. Ah, ist das da? Barsch! So, Freunde. Ja, darfst euch nicht wieder fangen. Ja, ich bin hier nicht immer. Und das läuft so, selbst wenn läuft das nicht so gut ab hier jetzt eben gerade. Das war ja Stealth-Akrobatik pur. Was war das denn? Super. Okay. Kann das doch sein? Äh? Ach, die Höhle. Kennen wir doch. Die sind da auch rausgekommen, oder? Äh? Da sind wir ganz vorne. Oh. Ah! 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 Eine grausame Welt. Und bevor der sich eine Waffe holt und zurückkommt. Ich will die lieber oben. Ich will hier noch. Guck mal, diese Sachen. Die Benniherdinger. In der Höhle natürlich. Ach! Da möchte ich jetzt aber nicht rein. In so wohl eine Benniherhand. Natürlich auch in der Höhle. Ah! Macht schon Sinn da drin rum zu wetscheln. Langsam. Oh! Keiner Beinbruch. Schauen wir mal. Was ist denn das denn? Ach so. Okay. Kann ich dann lassen. Jetzt brauche ich erst die... Äh... ...Kletterkalle für. Vorher kann ich mir hier dieses Benniherding nicht holen. Ähm. Da... Daher hat. Alles klar, Leute. Ich mache dann hier erstmal Schluss mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüssi.